Musik Die Bühne war erneut bereitet für ein landwirtschaftliches Spektakel der Extraklasse. Die 52. Info am Oberwart mit dem Schwerpunkt Landwirtschaft und Agrartechnik lockte Besucher aus nah und fern an. Unter dem Motto vom Schauen, Staunen und Streicheln bot die Veranstaltung ein umfangreiches Programm. Das sowohl landwirtschaftliche Innovationen als auch die Freude am Tierkontakt in den Mittelpunkt rückte. Insgesamt war die 52. Info am Oberwart ein überwältigendes Ereignis, das die Besucher in die faszinierende Welt der Landwirtschaft und Agrartechnik eintauchen ließ. Musik 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 Eins darf überhaupt nicht fehlen bei so einer Messe. Musik 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 sondern eben auch das vielfältige Unterhaltungsprogramm, das seit Jahren hier auch auf der Messe geboten wird. Ich glaube, da kann man sehr stolz sein, wenn man sich das gesamte Programm auch auf und anzieht. Ja, und für die Kinder, an die Kinder haben wir auch gedacht, an die Familien. Wir haben ein Bewegungsfest mit dabei, wir haben ein Kurs mit dabei und ein Highlight, das haben wir auch auf der Messe in Kols gesehen, ist natürlich das Kinderschminken. Und ich bedanke mich bei allen, die hier mitwirken, bei allen Organisationen, Vereinen, bei den Veranstaltern, alle, die dieses Fest zu dieser großartigen Messe machen. Vielen herzlichen Dank für das Beitragen, dass das Gelingen auch funktioniert. Ich wünsche Ihnen allen jedenfalls einen schönen Messetag, schöne Stunden hier auf der Messe und alles Gute für die Messe und machen Sie auch die Messe zum Fest. Vielen Dank. Und ich wünsche euch allen, den Ausstellern, den Besuchern, natürlich auch für euch, für euren Betrieb, für eures Persönliches Weiterkommen, für die Persönlichen und Weitentwicklungen, alles Gute, auch viel Glück für die Zukunft. Und so schließt sich vielleicht ein bisschen der Kreis. Wie ich am Anfang gesagt habe, dass ich aufs Jahr genau gleich halb bin wie die Inform. Hat der Herr Bürgermeister gesagt, die Inform geht mit der Zeit. Und das sind auch die anorellen zur Politik. Die Inform wird auch noch in 20 Jahren mit der Zeit gehen. Und die Politiker geht an irgendeiner Zeit. Und in diesem Sinne, alles Gute. Ich freue mich sehr, mich schon mal besucht, die allen zu wandern, um zu sehen, was alles, die allen geboten, was es nicht alles gibt. Alles Gute für eure Zukunft. Alles Gute auch für diese Messe, für die Gespräche, für die Geschäfte, für ihre persönliche, glückliche Momente. Und in diesem Sinne, herzlichen Dank auch für die Einladung. Herzlichen Dank und eröffnen, hier teilnehmen zu können. Und ich wünsche euch nicht nur heute einen schönen Tag, sondern ein schönes, angenehmes Inform-Mochmöde für die Stadt Europol. Dankeschön. Applaus Applaus Mein Heimatfrund, mein Heimatland, mit Österreich verbunden. Applaus Auf dir, du Gott ist an der Land, du hast mir auf den Boden. Du bist mir schön, in der Heimatland, du treuert ganz und in mich da. Applaus Am Heimatland, am Heimatland, du bist mein treuert ganz und in mich da. Am Heimatland, am Heimatland, du bist mein treuert ganz und in mich da. Am Heimatland, 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 am Tremel Oh Und ist der zweite Landtagspräsident gesund? Er ist gesund, natürlich. Er ist gesund, natürlich. Hallo, grüß euch! Musik 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 Ah, ich gebe coole Grünsche, ich habe meinen Grünscheich verkleben, dass es außerpräch in Klima retten ist wichtig. Und damit kann man seinen Einkaufszettel am Kühlschrank fixieren, damit man weiß, was man einkaufen muss. Und damit kann man seinen Einkaufszettel am Kühlschrank fixieren. Und damit kann man seinen Einkaufszettel am Kühlschrank fixieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017